Hallo Leute, hier ist wieder Luxie und es geht weiter mit Mega Man. Jetzt begeben wir uns zu Dr. Wily. Der böse Doktor, der die gegnerischen Roboter geschaffen hat. Ach ja, die typischen Augenbrauen. Jetzt machst du natürlich einen kleinen Sprung, ne? Habe ich mir schon gedacht. Da kommt noch einer. War klar. Und wahrscheinlich noch einer. Einfach weil das Gelände gerade so gut passt. Sag ich doch. Ach ja. Ach, einfach vorbeigehen. Noch einer? Nö. Aber... Ah, okay. Ganz klar. So, wahrscheinlich müssen wir einsparen. Die muss ich wahrscheinlich einfrieren. Was? Ah, doch. Ganz gut funktioniert. Wobei ich mir gerade nicht vorstellen kann, dass in dieser Welt schon Dr. Wily auf uns wartet. Gab ja in allen anderen Mega Man Spielen bisher auch immer noch... Was? Ja, klar. Ich muss den Schaden hinnehmen. Ist schon gut, Leute. Ich habe euch auch gern. Hm. Wenn du keine Lebenspunkte fallen, das bist du mir egal. Okay, die nehmen wir mal mit. Hm, Moment. Das erinnert mich gerade an etwas. Ah, okay. Ah, gut. Wenigstens erscheinen diese Teile wieder. Das wäre sonst leicht unfair. Ich hoffe, dass da oben irgendwelche leichten Gegner kommen. Sonst habe ich ein leichtes Problem. Falls es jetzt etwas dauern sollte, geht halt nicht anders. Ah, okay. Da wäre ich auch so hochgekommen. Okay. Kriege ich das heute auch nochmal hin? So. Ich hoffe, das war die einzige Passage, wo man den brauchte. Was kommt jetzt? Oh. Ganz böse Erinnerungen. Oh. Nein. Nein. Okay. Probieren wir mal Elecments. Waffe. Okay. Elecments Waffe wirkt hier ganz gut. Gut, ich darf wenigstens direkt vor ihm anfangen, das ist gut. Yellow Devil. Einer der gefürchtetsten Gegner von Mega Man, wenn ich mich recht erinnere. Es ist nur diese eine Stelle, mit der ich Probleme habe. Einer der gefürchtetsten Gegner. Ich wollte gerade noch sagen, es schaut für beide Seiten noch relativ gleich aus, aber... Ah ja. Man muss sofort reagieren, das ist ein totales Glücksspiel. Geh doch drauf. Hä? Wurde jetzt gerade noch einen rausgezogen? Wurde jetzt? Wurde jetzt? Wurde jetzt? Wurde jetzt? Ich krieg's einfach nicht hin. Wenn die beiden beschissen getimed... Schlecht getimed sind, Entschuldigung. Der Sprung muss doch zu machen sein! Hmm. Was ist das denn für ein Witz? Da komme ich doch gar nicht ran Aha Aha Lass den gleich mal auffüllen Naja Spiel ist energiemäßig genauso genetik wie die meisten anderen Mega Man Teile Ja ist gut Hm ich spreche lieber dem Gegner aus und darf ja nämlich hinter sich in die Stacheln fahre Hm Die Rakete da unten spinnt so ein bisschen rum Ah Pseudobullet Bill Entschuldigung Gib mir Leben Also jetzt noch eher Du kannst mir nicht nur lila Bällchen her schmeißen das weiß ich So Ich muss da auch nochmal sicher gehen Äh Wie Schnell bin ich da jetzt nach unten gefallen Okay Ein Durchlauf noch und dann Dann mache ich einen Schnitt und probiere es dann noch Äh Nächste Folge Okay Ja 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 Hmm. Ich darf nicht hier wieder starten, stimmt's? Natürlich nicht. Muss man das Sprungmuster von diesen Teilen verstehen? Ich tue es jedenfalls nicht. Ich höre so viele Einschläge und der Gegner stirbt einfach nicht. Uh-huh. Und das Spiel wird wieder langsamer. Ich sehe schon, das hat später auf das Video wieder sehr schöne Einflüsse, die sich auch nicht beheben lassen. Das ist unglaublich. Ich meine, wird mein Programm bei Super Nintendo spielen, langsamer werden, würde ich es ja nur verstehen, während der Aufnahme. Das war auch in meinem alten Rechner so, aber das ist hier am Laptop jetzt... äh, beim NES plötzlich so anfängt zu spinnen, das kann ich mir irgendwie nicht ganz erklären. Verlangt denn dieser NES-Emulator so viel mehr Leistung als ein Super Nintendo-Emulator? Und ich schätze mal, ich habe gerade ein bisschen zu sehr ins Mikro gezischt. Was sagen wir zum Beispiel, das Wes gehört mir einmal zur Nach scissors. Fseits können Sie behebungen nicht loswerden für ein wenig machen. Es wurde schon gut ein Ireinengresantes. Auch wenn das jetzt ein bisschen dauern sollte, wie gesagt, man kann ja wieder vorspulen. Aber ich hätte gerne Energie. Naja, so natürlich nicht. Ach ja. Dieses Spiel ist so nett zu mir. Wie klein ist denn die Chance, dass so ein Teil fällt? Ist ja Wahnsinn. Ich weiß, dass es jetzt gerade nicht besonders spannend ist. Tut mir auch leid. Ja, toll. Ganz toll. Meine Güte. Jetzt schmeißt er endlich mal ein paar Lebenspunkte. Hier. Ohne volle Lebenspunkte gehe ich hier nicht weiter. Wahrscheinlich machen sie es genau deswegen. Ihr könnt euch ja so lange die schöne Musik anhören. Da fehlt ein Strich. Natürlich, jetzt schmeißt er mir die große Ladung hin. Okay. Ja. Ja. Okay. Okay. Da muss ich leider perfektionistisch werden. Die Flugbahn dieser Teile verstehe ich auch nicht ganz. Bevor man fragt, was verstehe ich überhaupt, relativ wenig. So. Er legt meine Waffe. Zu langsam. Kann ich schon vergessen? So. 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 Das ist mein Fehler. Genau. Sehr schön. Sehr schön. Wie gesagt, es brauchte nur ein Verständnis für das System. Es geht direkt weiter. Ja, Leute, das machen wir beim nächsten Mal. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Let's play Megaman. Ich bin Daxi. Bis dann. Ciao.